Hallo zusammen, ja, morgen ist schon zweiter Advent und immer wieder kommt natürlich auch bei mir die Frage auf, was verschenke ich? Und dann habe ich mir überlegt, weil auch das mich als E-Mail öfter jetzt erreicht hat, ob ich eine Idee hätte. Und dann habe ich mir tatsächlich mal ein paar Gedanken gemacht, was könnte man einem Camper schenken als Kleinigkeit oder auch was Größeres, was für ihn interessant sein könnte. Und dann, nachdem ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, habe ich tatsächlich ein paar Ideen. Und die wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, denn ich denke, für den einen oder anderen könnte das interessant sein. Wir fangen mal an. Das Thema Sicherheit ist ja immer ganz groß, gerade auch beim Camper. Und deswegen von mir ein ganz klarer Geschenketipp, der Bosch Spexor. Habe ich auch schon ein Video darüber gemacht, verlinke ich euch logischerweise auch in der Videobeschreibung und Link zum Artikel findet ihr ebenfalls unten. Der Bosch Spexor ist ja eine Alarmanlage, die du einfach nur in das Fahrzeug stellst oder in die Gartenlaube stellst und, und, und. Funktioniert total simpel und ist über App gesteuert. Das heißt, ihr könnt von überall immer gucken. Der hat verschiedene Warnsysteme drin. Wie gesagt, das Video dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Von mir ein ganz klarer Geschenketipp Nummer 1. Das nächste, auch wieder was das Thema Sicherheit angeht, aber jetzt nicht, wenn wir stationär irgendwo angekommen sind, sondern wenn wir auf dem Weg dahin sind. Und zwar von Reich gibt es dieses Safe-Tire-System. Das Safe-Tire-System überwacht den reifen Luftdruck in den Rädern und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn, wenn so ein Reifen platzt, gibt es einen riesen Desaster. Im besten Fall kommt ihr noch zum Stehen und es passiert keinem irgendwas Schlimmes. Im schlimmsten Fall, bei so einem Caravan überschlägt sich das Ding, weil der Reifen geplatzt ist. Weil, was merkst du? Du merkst in der Regel nicht, wenn der Reifen Luft verliert. Er fängt an zu walgen, er wird heiß und irgendwann platzt er und dann ist das Desaster riesen, riesen groß. Hiermit überwacht ihr über eine App euren Luftdruck in dem Reifen vom Anhänger, aber auch logischerweise beim Wohnmobil ist das kein Problem. Funktioniert auch über längere Strecken, also bei unserem riesen Gespann überhaupt kein Thema. Heißt, das Ding warnt euch, ihr gebt einen Luftdruck ein, es warnt euch, wenn der Luftdruck verloren geht und ihr könnt vorzeitig anhalten, das Ganze kontrollieren und dann gegebenenfalls den Reifen wechseln oder reparieren und dann passiert euch nichts Schlimmeres. Also da auch wieder ganz klar eine Empfehlung. Wie gesagt, Video findet ihr in der Videobeschreibung unten drin und auch den Link zum Produkt habe ich euch unten reingehangen. Das nächste, viele von euch haben mich immer wieder gefragt gehabt, wie ich das auf den Messen mache, dass ich mit einer Drohne durch die Halle fliege, was ich aber gar nicht tue, denn ich habe die Insta360 Go 2. Diese kleine Kamera an einem Selfie-Stick mit drei Metern, das sind die Aufnahmen, wo ich zum Beispiel auch auf dem Caravan-Salon gewesen bin oder auf der TC Leipzig jetzt erst, wo ich diese Luftaufnahmen, Fake-Luftaufnahmen gemacht habe. Diese Kamera ist aber nicht nur dafür gut, sie ist so klein und kompakt. Es gibt verschiedene Anschlüsse, hier so Clips für an die Jacke, an die Cappy, wie gesagt auch da das Video, verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung und das ist auch was für hier Sport draußen oder so, Fahrradfahren und, und, und. Es gibt halt dafür ans Geschirr vom Hund, man hat ultra viele Möglichkeiten mit der InstaGo 2 Videos zu machen. Gibt es jetzt auch wieder neu, das ist die 32 GB Variante, gibt es aber auch jetzt mit einem internen Speicher mit 64 GB, total cool. Und das Tolle bei Insta360 ist im Moment, die haben noch bis zum 14.12.2021 eine Weihnachtsaktion mit Rabatten, wo die alle möglichen Produkte rabattiert haben. Den Link dazu schreibe ich euch auch logischerweise unten in die Videobeschreibung, klickt mal drauf, da gibt es sogar noch Gadgets dazu über meinen Link, den ich euch gegeben habe unten in der Videobeschreibung. Da kriegt ihr sogar noch Zubehör dabei, wenn ihr euch so eine Kamera holen würdet. Lege ich das Ganze mal beiseite. Das Nächste, und es ist auch ein Produkt, was wir selber haben und selber nutzen und wirklich alles wie hier, so wie es alles hier ist, haben wir selber ausprobiert und befinden es wirklich für uns als echt gut. Sonst würde ich es euch wirklich nicht zeigen, wenn da irgendwas käme, was nicht gut ist, würde ich es euch auch wirklich sagen. Die Gläser von Sylvie, ein absoluter Traum. Ich habe euch jetzt hier exemplarisch mal den Karton von den Weingläsern, das sind die Weingläsern, von den Weingläsern mitgebracht. Wir haben auch noch die Becher, die Haken und, und, und. Es ist total klasse, gerade wenn du die Sachen dann im Schrank stehen hast, du machst den Schrank auf und dir kommt nicht alles entgegen. Und das ist echt Glas. Es gibt Kunststoffbecher, aber es gibt auch wie hier diese Weingläser, es ist wirklich Glas. Es gibt auch Becher aus Glas, es ist so vielfältig. Wie gesagt, ich habe euch jetzt mal das unten in der Videobeschreibung verlinkt, klickt da gerne drauf, sucht euch mal durch. Es gibt so viele verschiedene Dinge von Sylvie. Das ist auf jeden Fall auch wieder was als Geschenketipp, wo sich der ein oder andere, denke ich mal, wirklich riesig drüber freuen würde. So, jetzt muss ich das mal hier rüber stellen. Das nächste, was ich noch habe, ist gerade jetzt in der kalten Jahreszeit oder auch im Frühjahr und im Herbst, ist das total klasse. Wir haben uns von OutShare die Sitzauflagen geholt. Und diese Sitzauflagen sind beheizt. Heißt, da kommt ganz einfach unten eine Powerbank rein, die dabei ist schon. Und dann kann man das über den Stuhl drüber machen und hat dann hier eine Sitzheizung. Man hat eine Heizfläche hier im Rücken und aber auch unten am Püppes, sage ich jetzt mal. Und es ist ein absoluter Traum. Du kannst abends draußen sitzen und dir ist nicht kalt im Rücken. Und das ist wirklich was, wo ich sage, absoluter Traum. Ich habe damit ohne Quatsch stundenlang draußen gesessen, wo es wirklich, wirklich schon kalt draußen gewesen ist. Denn in der Kombination, jetzt muss ich mal gerade gucken, gibt es von OutShare auch noch Decken. In drei, ich meine drei verschiedene Größen und das hier ist auf jeden Fall genau dasselbe System. Da sind Heizmatten drin, funktioniert auch mit so einer Powerbank. Die Sitzauflage auf dem Sitz, die Decke oben über die Beine gelegt und absoluter Traum. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, aber wie gesagt auch im Frühjahr und im Herbst, wo es dann noch kalt ist oder schon kalt wird. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, da ist das ein oder andere für den ein oder anderen dabei. Als Geschenkeidee. Wie gesagt, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Den Kanal abonnieren nicht vergessen, denn es kommt jetzt die Tage noch ein tolles Video. Also Glocke aktivieren nicht vergessen. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Wäre das ein oder andere was für euch? Wie gesagt, würde mich wirklich mal interessieren. Und damit, Leute, wünsche ich euch morgen einen wunderschönen zweiten Advent. Macht es gut, bis die Tage. Ciao. 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 Ciao.